Welcome back in der After Show mit mir und heute darf ich die liebe Elli und den lieben Jermaine, den Sieger unseres Battles heute, in der After Show begrüßen. Richtig cool, dass ihr dabei seid. Ihr seid direkt hier rübergekommen aus dem Set, zum Set vor dem Set. Ja, danke, dass wir noch eins an dürfen. Genau, ich habe mir eine Kleinigkeit überlegt und zwar haben wir hier Tattoos. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese aus den Kaugummis und so, diese Tattoos. Das ist natürlich genau mein Ding. Genau, ihr dürft euch eine Größe aussuchen und dann tätowiere ich euch, weil ich bin jetzt Tätowierer kurz, aber nicht in echt. Ich hoffe, ich bekomme aber kein Ärger, wenn ich heimkomme wieder. Ach Quatsch. Set you free, I love it. Super. Ladies first. Ladies first, such dir gerne eins aus. So weniger als mehr. Wir machen uns so ein Partner-Tattoo jetzt hier. Ich bin mal gespannt, was will ich denn haben? Das hier will ich haben. Also, du musst immer die Folie abmachen und dann kannst es dir hinkleben, wo du willst. Oh, dann gibt es immer diesen Überraschungsmoment, wo man halt so checkt, dass es klappt, ne? Ja, ja. Also, ob das klappt, werden wir dann später sehen. Ich glaube, ich mache es einmal hier so rein. Also, wir machen es einmal hier so drauf. Let's go. Klebt schon mal, das ist schon mal gut. Mir wurde nicht gesagt, auf was für wilde Sachen ich hier einlassen muss. Genau. Auf dem Tattoo steht... Vorsichtig. Ihr seid doch hier da, oder? Kann ich euch nicht vertrauen? Wir kriegen hier nicht auf den Link. Wir sind ja die Special Guests. Ah, ihr seid ja die Main Special Guests. 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 Wir sind die Single Special Guests. Können wir das nochmal ohne Jesus Till I Die? Das wär wild. Das wär wild. Ey, Bro, das Rhyme-Battle war ja sick, Alter. Du hast... Ich war echt so... Alter, der haut ist ja ein nach dem anderen raus. Bei mir sind zu zweit. Wir haben doppelt so viel Zeit. Ich war so froh, dass wir uns noch besser waren. Ich hätte es never so schnell hingekriegt. Ich hatte ja Angst. So, Jungs, stopp den anderen mal die Bühne hier. Wir halten die Schnauze, okay? Es war wie in seinem Film. Er hatte Angst, er hat uns dann einfach im Adrenalin zu froh. Also, das Battle war wild, wie ihr mitbekommen habt. So, bitteschön, darfst du auch kurz halten. Soll ich dich machen dann? Oh, voll gerne. Das ist voll lieb. Aber ich kann es auch selber machen. Nee, ich will das machen. Okay. Bitteschön. Genau, ich wollte sagen, da steht drauf The Truth Will Set You Free und das ist in dem Werbefilm von True Story, wurde das auch auf die Arme tätowiert von den Teilnehmern in dem Video. Und genau, das war ziemlich cool. Aber apropos Werbefilm, es gab auch einen Trailer zu True Story. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt, aber dieses True Story about Jesus about you. Ihr habt Jermaine gerade beim Reden zugehört. Habt ihr was bemerkt? Jermaine ist derjenige, der das sagt. Kannst du es bitte nochmal sagen? Ja, bitte. Genau so. Genau so. Genau so. Ja. Okay. True Story about Jesus about you. Oh, mega gut. Auch weiterhin. Richtig. Nein. Okay. Während unsere Tattoos hier brüten, wollte ich einmal noch auf Elli zukommen. Dein Thema ist ja globale Gerechtigkeit. Genau. Und ich dachte, du könntest vielleicht nochmal so einen kleinen, konkreten, ersten Mini-Schritt, den Teens so machen können, weitergeben, was man so für globale Gerechtigkeit machen kann. Also so eine Sache, wo man sagt, ey, das kann ich jetzt auch wirklich machen. Ich glaube, das ist voll cool, wenn man jetzt hier so angeteasert würde, hier bei True Story. Wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, kann man voll gerne bei so einem coolen Online-Kurs mitmachen. Und zwar dürfen wir von Tierfund Deutschland Youth for Justice starten. Es startet am zweiten Mal so ein Online-Kurs, wo wir so diese ganzen Fragen anpacken wollen, wo wir das Gerechtigkeitsverständnis von der Bibel schauen wollen, wo wir uns auch damit beschäftigen, hey, wie können wir unsere Gaben einsetzen, so, hey, wer bin ich eigentlich vor Jesus und wie wir das alles auch so in Aktion umsetzen dürfen. Ihr bekommt MentorInnen und Mentoren, die euch davor begleiten und dann in der Aktionswache wird es entweder in einer politischen Aktion oder Fundraising-Aktion umgesetzt. Und das ist eigentlich was ziemlich cooles. So bin ich auch auf dieses Thema gekommen und deswegen finde ich es cool, dass ich das starten darf. Hammergut. Also Youth for Justice auf Instagram, wichtig. Jetzt revealen wir mal das Tattoo. Ich weiß nicht, ob man das kurz sehen kann. Wir halten es mal so nebeneinander. Ja. Und jetzt. Wow. I love it. How about that? Mein ist auch so ein großes. Oh. Ich hatte gerade kurz gedacht, ich habe es falsch rum. Hammergut. Hammergut. Wir haben jetzt Partner-Tattoos, voll süß. Yes. Alrighty. Wir machen es mal kurz ein bisschen sauber. Okay, girl. Meine Girls. Ähm, genau. Wir kommen schon eigentlich ziemlich ans Ende von unserer After-Show. Es war sehr schön, euch hier zu haben. Aber wir haben auch noch zwei To-Dos. Und zwar, ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt, aber die Julia Garschagen, mit der ihr gerade geredet habt, die hat ein Buch geschrieben, das heißt True Story. Good question. Und da behandelt Julia einige schwierige Fragen. Also der Untertitel des Buches ist die zehn größten Fragen über Gott und die Welt. Ich dachte, ich lese mal so zwei, drei Fragen vor. Zum Beispiel wird er behandelt. Fortschritt, Forschung, Evolution macht die Wissenschaft Gott überflüssig. Ähm, altlangweilig ausgedacht. Warum sollte ich glauben, was die Bibel über Jesus erzählt? Himmel, Hölle, Leben nach dem Tod. Wie sieht es damit aus? Und noch ganz viele weitere wichtige Themen, auch unter anderem Themen, die halt hier behandelt werden. Und genau, meine Gäste hier in diesem wundervollen After-Show-Stream werden das unterschreiben. Und dann wird das nächste Woche auf Instagram, wird das verlost an jemanden. Und dann dürfen die genau dieses Buch haben. Wie geil. Das heißt, ihr seid dann in dem Regal von jemandem, der hier zuschaut. Ist das nicht cool? Sehr süß. Ich bin jetzt die erste Unterschrift, die rein SC hart. Nein, das wird super. Mega gut. Das ist doch eine astreine Unterschrift. Vielen Dank euch. Es sieht schön aus, es ist nass geworden. Hey, das ist einfach ein ganz special Buch. Ja, das macht es besonders. Ja, auf jeden Fall. Unsere Tattoos sind Teil jetzt auch von dem Buch. Richtig, richtig. Das letzte To-Do, was wir haben, wir machen ein Thumbnail. Das heißt, wir haben uns einmal ganz kurz lieb und lächeln in die Kamera. Nur kurz, okay? Nur ganz kurz. Deine Coolness kannst du einmal so zwei Sekunden ab dann. Wir machen einmal so. Sehr gut. Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr hier wart. Ihr habt so viel Wertvolles geteilt. Die nächsten Tage geht es weiter mit dem Stream. Es ist noch nicht vorbei. Ihr könnt das alles nachschauen, wenn ihr wollt und euren Freunden weiterschicken wollt. Let's go. Und bis dann. Much love, world. Tschüss. Tschüss. Und, bis dann mal. Die Zeit, die Zeit thetaka. Oh je, bin mir blind? Bis zum nächsten Mal.